Wir befinden uns auf dem Weg zu einer geheimen Trainings-Einheit. Die Student-Partner werden auf eine harte Probe gestellt. Werden sie ihre Angst überwinden können? Wir werden sehen, was passiert. Dr. No-Tech lauert uns eventuell auf. Das ist immer lustig. Ich höre, dass immer der Schreier stinkt beim Bein. Das ist geil! Oh Mann! Das ist geil! Das ist geil! Das ist geil! Der nächste, wer gehört dann? Der einzige Maschinen hat noch den Zug an 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 den Zug. Der andere, die sich nicht öffnen für eine Fülle belastet wird. Darf man den Zug auf den Zug an? Das ist unglaublich! Die Subemperation eines der Zugerbuffersen. Das ist lustig.